Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und heute spielen wir eine wirklich richtig, richtig coole Runde, Height and Seek, das ist so nice. Und schau mal Katja, wir befinden uns hier einfach in einem richtig doll coolen Wohnzimmer. Oh, stimmt, Moment mal, hier ist mein Bettchen, wie cool! Oh ja, das ist so nice, da ist ein kleines Bettchen, da ist der Computer, hier ist eine kleine Pflanze und da hinten kann man auch durch die Tür durchlaufen und kommt in die Küche, das ist so nice. Und schau mal Katja, derjenige, der suchen muss, bekommt ihr ein kleines Schwertchen und kann sich hier reinstellen und der andere kann sich richtig doll gut hier im Wohnzimmer verstecken. Und schau mal Katja, wir sind auch super duper klein und können uns dadurch noch besser verstecken, das ist so lustig. Okay, okay Katja, wer soll denn als aller allererstes suchen? Ich will zuerst suchen, danke! Bitteschön, du bekommst das Schwertchen. Lieb von dir. Sehr nice, okay Katja, du darfst auf keinen Fall spickeln, bye bye! Bye bye! Und zack, 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 ich gehe mich jetzt hier im Wohnzimmer wirklich richtig doll gut verstecken und du wirst mich niemals finden. Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Schrank und hier ist auch ein richtig doll großes Bettchen und darunter kann man sich auch wirklich richtig doll gut verstecken. Und Moment mal, hier geht's weiter und hier sind wir in der Küche. Oh, hier gibt's wirklich richtig doll gute Verstecke. Okay, ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein richtig doll gutes Versteck raussuchen, wo mich die liebe Katja nie, nie, niemals finden wird. Ich werde dich sowieso finden. Dann geht's hier nach oben, so und so und... Oh, Moment mal, hier geht's noch weiter. Ich werde mir so ein doll gutes Versteck raussuchen. Okay, dann geht's hier entlang, dann geht's hier weiter, so und so und hops und hops. Mein Versteck wird so schwierig. Okay, dann geht's hier weiter und ich glaube, ich verstecke mich ganz genau hier. Okay, Katja, ich bin versteckt, du kannst mich suchen. Oh, oh, okay, warte mal, dann drehe ich mich jetzt um und sehe dich von hier schon irgendwo. Bist du vielleicht hier oben und... Hallo? Bist du hier? Nein, ich seh dich weit und breit nicht. Okay, vielleicht bist du auch, naja, hier drinne. Kannst du mich von deinem Versteck aus irgendwie schon sehen? Hm, ein bisschen. Okay, wo bist du denn dann? Du bist irgendwo oben, glaube ich, aber du könntest dich überall hingelegt haben oder hingesetzt haben. Hallo? Oh, so nice. Hallo, Katja. Bist du hier im Mäuseversteckchen? Hm, nein. Hallo? Da hinten bist du vielleicht... Nein, hier bist du auch nicht drinne. Du bist gar nicht im PC. Du bist bestimmt bei der Pflanze. Haha, ich werde dich finden. Da bist du auch nicht. Ey, Moment mal, du wirst mich kannst du gar nicht finden hier in meinem Suppi-Duppi-Versteck. Hier könntest du ja auch überall sein. Oh Gott, hä? Sehe ich dich von hier oben? Siehst du mich? Hm, vielleicht ein bisschen. Hä? Kann ja gar nicht sein, glaube ich. Vielleicht bist du ja auch bei der Küche. Ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Wir gehen nochmal runter. Ups, bist du da? Nein, bist du vielleicht hier irgendwo beim Bettchen? Hallo? Man kann sich einfach unterm Bettchen verstecken, Epic. Katja, soll ich dir einen ganz kleinen Tipp geben? Ja, bitte. Ich bin im allerersten Raum. Hä? Okay, warte mal. Du bist vielleicht doch hier drinne. Also, ich hab mich verlaufen. Oh Gott, ich komm hier nicht mehr raus. Oh nein. Also, ich geh jetzt doch hier nochmal versuchen hochzuklettern. So, hier bist du nicht. Hier bist du auch nicht. Hier bist du auch nicht. Also, bist du doch hier oben. Hallo? Ich seh dich da oben. Hallo Katja. Hä? Aber von wo denn? Es macht keinen einzigen Sinn. Also, ich seh dich wirklich nicht. Gar nicht. Kannst du mir einen Tipp geben? Hm, ich bin oben irgendwo. So, das gibt's ja gar nicht. So, hier irgendwo? Bist du da oben? Aber, hä? Hä? Du wirst mich niemals finden. Ich glaub, ich würd dich wirklich nicht finden mehr. Oh, ich hab wirklich so ein doll gutes Versteck. Und Katja, weißt du was? Was denn? Ich hab mich bis jetzt noch kein einziges Mal bewegt. Und du warst schon wirklich richtig, richtig doll nah bei mir. Du warst schon einen Block von mir entfernt. Äh, aber... Geh dich nicht. Vielleicht bist du dann doch hier oben. Eins, zweiter, so. Bin ich da jetzt hier hoch. Hab mein Schwertchen parat, aber... Oh! Nein! Hallo! Was? Epic, ich hab dich kein bisschen gesehen. Oha, wie krass ist das denn? Oh, das war so cool, Katja. Du warst so doll nah bei mir und hättest mich fast gesehen. So nice. Und Moment mal, jetzt darf ich mich verstecken. Und du suchst. Oh, sehr cool. Okay, Katja, ich hab jetzt das Schwertchen. Dann kann ich mich umdrehen. Und du kannst dich richtig doll gut näher hier im Wohnzimmer verstecken. Viel Spaß. Bye, bye, bye. Okay, Epic, ich bin versteckt. Oh, sehr gut, Katja. Ich geh dich suchen. Okay, wo hast du dich versteckt? Hier seh ich dich schon mal nicht. Und hier seh ich dich auch nicht. Hast du dich vielleicht hier im Schrank versteckt? Aber ich glaube... Vielleicht. Nein, 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 nein. Hier ist auch keine kleine Katja. Ich weiß, wo du bist. Nein, oder? Du hast dich in der Pflanze versteckt. Hallöchen. Und... Oh, da bist du ja wirklich nicht. Moment mal. Hast du dich vielleicht hier oben irgendwo versteckt? Dann geht es hier nach oben. Und zack, okay. Hier seh ich dich schon mal nicht. Nein, 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 nein. Hier bist du auch nicht. Und hopps, dann geht es hier rüber. Hallo Katja, ich finde dich jetzt. Und... Hier bist du ja auch nirgendwo. Okay, vielleicht seh ich dich ja von hier oben. Da unten seh ich dich nicht. Hast du dich vielleicht im Papierkorb versteckt? Moment mal. Katja? Nein, da bist du auch nicht. Okay. Bei der Pflanze hier bist du auch nicht. Okay, okay. Vielleicht hast du dich auch hier irgendwo versteckt. Aber ich glaube, hier seh ich dich auch weit und breit ganz und gar nicht. Im Computer hast du dich auch nicht versteckt. Was ist denn hier los, Katja? Okay. Okay, vielleicht bist du unterm Bett und... Moment mal. Hier bist du ja gar nicht. Okay, okay. Dann geht es hier weiter. Okay, im Mäusetunnel warst du auf jeden Fall auch schon mal nicht. Bist du vielleicht hier unten irgendwo versteckt? Aber ich glaube... Nein, nein, nein. Hier sehe ich dich auch nicht. Okay. Hier oben bist du, glaube ich, auch nirgendwo versteckt. Vielleicht bist du hier drin. Und Moment mal. Dann geht es hier entlang. Und zack, und zack. Und Hallöchen. Aber... Nein, hier bist du nicht. Und hier bist du auch nicht. Okay. Das ist ja wirklich so doll schwierig, Katja. Okay, Epik, soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja, bitte. Also, ich bin auf jeden Fall im ersten Zimmer. Du bist im ersten Zimmer? Mhm. Okay. Aber wo hast du dich dort versteckt? Moment mal. Hier bist du nicht. Im Papierkorb bist du auch nicht. Im Computer bist du auch nicht drin. Warte mal. Vielleicht bist du ja hier irgendwo versteckt. Und hopps und hopps. Hier bist du auch nicht. Katja, hast du dich hier drin versteckt? Moment mal. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, hier bist du auch nicht. Moment mal. Vielleicht hast du dich ja doch hier irgendwo versteckt. Oh, Katja. Nein, nein, nein. Hier bist du schon mal nicht. Okay. Dann gehe ich eins höher. Hast du dich hier versteckt? Nein, hier bist du auch nicht. Vielleicht bist du hier irgendwo. Katja. Oh, da bist du. Guten Tag. Hallo. Hey. Ach, Mann. Moment mal. Ich habe dich beim ersten Mal hier ganz und gar nicht gesehen. Ich habe mich richtig gut versteckt. Oh, das stimmt, Katja. So nice. Und Moment mal. Jetzt bist du wieder dran mit suchen. Und ich werde mir ein richtig doll gutes Versteck aussuchen. Oh, das stimmt. Und bitte umdringen, Katja. Bye, bye. Sehr nice. Okay, okay. Ich werde mir jetzt wirklich ein richtig doll cooles Versteck aussuchen. Moment mal. Dann geht es hier entlang und hier entlang. Ich habe schon eine richtig doll gute Idee. Okay, okay. So und so und so. Mein Versteck wird richtig doll lustig. Tatsächlich. Dann geht es hier weiter und hier weiter. So und so und so. Und Moment mal, Katja. Du kannst mich suchen. Okay. Und Moment mal. Wo könntest du alles versteckt sein? Ich denke ja, vielleicht bist du im Papierkorb. Das ist ja richtig doll lustig. Hallo? Sehe ich da ein Epic drin? Aber weiß nicht so ganz. Okay, hier bist du nicht. Nein, da bist du nicht. Okay. Vielleicht. Oh, bin runtergefallen. Vielleicht bist du diesmal unterm Bett. Epic. Ich glaube, ich werde dich diesmal finden. Nein. Echt nicht? Oh, Mäuse-Tunnel. Du bist bestimmt im Mäuse-Tunnel. Nein, nein, nein. Hier bist du auch nicht. Im PC. Im PC. Im Blumentopf. Im Blumentopf. Hallo? Zack und zack und zack. Aber hier sieht es auch sehr leer aus. Im Nachttischschrank. Da habe ich noch nie nachgeschaut, glaube ich. Aber da bist du auch nicht drin. Katja, ich kann dir schon mal als Tipp geben, dass ich im zweiten Raum, also in der Küche bin. Okay, du bist also in der Küche. Du bist bestimmt irgendwo unten oben. Du könntest überall sein. Vielleicht bist du hier. Aber hier bist du trotzdem nicht. Dann gehe ich mal hoch. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Hallo, Katja. Hä? Oh, nein. Was ist das denn? Da schwimmt einfach ein kleiner Epic im Wasser. Oh, so nice, Katja. Du hast mich einfach im Spülbecken gefunden. Das macht so doll viel Spaß. Und Moment mal. Jetzt bin ich wieder dran mit suchen. Und du kannst dich verstecken. Und so und so. Ich verstecke mich richtig gut. Okay. Ich bin versteckt. Okay, Katja. Ich werde dich suchen. Okay. Hast du dich hier oben versteckt? Nein, hier bist du nicht. Und hier bist du auch nicht. Vielleicht sehe ich dich ja von hier oben. Okay. Ich sehe dich ganz und gar nicht von hier oben. Ich weiß. Okay. Okay, dann schaue ich hier erstmal durch. Hier sehe ich dich nicht. Hier sehe ich dich auch nirgendwo. Hier bist du, glaube ich, auch nicht. Und hier hast du dich, glaube ich, auch nicht versteckt. Okay. Hier ist schon mal keine kleine Katja. Dann geht es hier weiter. Hast du dich hier drin versteckt? Hallöchen, aber... Nein, hier bist du auch nicht. Vielleicht hast du dich ja im Computer versteckt. Moment mal. Und zack und zack. Hallo, kleine Katja. Aber hier ist auch keine kleine Katja. Hm. Okay, okay. Dann geht es hier weiter. Hopps und hopps. Hast du dich hier vielleicht versteckt? Aber ich glaube... Nein, hier bist du auch nicht. Bist du unterm Bett, Katja? Ich? Moment mal. Hier sehe ich dich nicht. Und... Da bist du ja. Hallo. Hey. Du hast dich unterm Bett versteckt. Oh, so cool. Oh, dass halt den Sieg hier im Wohnzimmer hat wirklich richtig, richtig, richtig doll viel Spaß gemacht, Katja. Du hattest wirklich so doll lustige Verstecke. Oh, das stimmt. Du aber auch. Oh, so cool. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.